hey hallo und willkommen zum heutigen video ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr habt spaß und ich oh ja habe ich wirklich gehabt und zwar liegt das an diesem mustang ponica muscle car keine ahnung das wird wohl aus bullet sein schätze ich mal wenn ich mich richtig erinnere hat der steve mcqueen dort so eine geile verfolgungsjahre mit so einem auto kann mich aber auch irren dürft mich gerne korrigieren die steinequalität es sind konlang steine das heißt wir haben farbabweichung hier oben ihr seht es in ein und derselben klassen mit der gleichen seriennummer ist halt so die kratzer sind im großen und ganzen ziemlich gut da gibt es also nicht allzu viel das ist okay die steineform selber geht jetzt auch mal einigermaßen hier ist gut wir haben klemmkraft schwankungen allerdings sind die hier recht ausgewogen ob das daran liegt dass wie das gerücht besagt dass je länger man häufiger auflagen raufkommen so besser wird die qualität weiß ich nicht halte ich für ein gerücht aber es ist jetzt hier einfach mal wirklich gut gewesen aber verlasst euch nicht drauf ihr wisst das aber bauen lässt sich eigentlich immer und man kann es nachher ins regal stellen gut gucken wir uns also mal das tolle teil an als erstes mal die geile front richtig schön getroffen richtig schön getroffen die geile haube mit den einkerbungen hier ziemlich cool dann gehen wir nach vorne zu sieht man noch schön durch es ist nicht das perfekteste transklierne aber man kann schon durch gucken und dann machen wir mal die mutter habe auf die wird so gebaut ziemlich solide ziemlich dick und hier kommt dieser absolute hammer geile motor man hat das spaß gemacht den zu bauen guckt euch die ganzen vielen details an die man reinbaut auch die art und weise wie man das reinbaut ist richtig klasse das macht richtig laune sieht cool aus oder diesen motorblock hier in der mitte zum beispiel tut man nachher auch zum schluss draufsetzen nachdem man alles drum herum gebaut hat und dann kommt der hauptmotorblock da rein noch recht coole hochzeit so dann kommen wir mal zu der richtig schönen seite rüber beachte die felgen man baut da noch zahnräder drauf so dass ein bisschen klassischer aussieht das ist doch cool die form geht rüber hier wieder richtig schön gelungen und dann dieses schöne fließheck nach hinten kommt doch gut kommt doch richtig gut und dann die rückseite auch hier wieder achtet mal auf die rückleuchten richtig schön interessant gebaut dann hier unten natürlich doppel ausrufbar leider nicht in platz silber es gibt platz silber elemente wie zum beispiel dass er da oben weiß gar nicht ob das in dem licht zum glänzen richtig rüber kommt aber es ist also und dann kann man auch den daher aufmachen und da drin ist alles schön gefließt so jetzt sieht man es richtig genau alles schön sauber gefließt geschlossen wie es sein soll dann natürlich noch die seite hier und ihr seht ihr hier ist ein schwarzes ich habe da ist so eine verwechslung passiert entweder mein fehler aber ich glaube eher es ist eine verwechslung passiert da habe ich zu viel schwarze einmal eins plates gehabt und ich hätte da eine grüne gebraucht ja noch so sieht das übrigens schön von oben aus und von unten natürlich klassisch solider bau ja dann müssen wir natürlich mal über das innenraum über den innenraum reden und das wird jetzt nicht ganz so einfach weil nämlich hier eine ganze menge zusammenhängt dachmäßig aber man kann sonst ich kann euch sonst nicht diesen schönen innenraum zeigen also guckte mal da rein erst mal ganz unten sieht das durchschimmern wir haben neben der klassischen fettgeilen tür geil gebaut haben wir unten fußpedale alles gefließt und fußpedale gas und bremse ist in automatik cool dann haben wir hier die das armaturen schön mit dem braun hier vorne das gefällt mir sehr gut werden gerade armaturen und diese grandiosen sitze es ist einfach richtig herrlich wie man das baut ich bin sehr begeistert von dem wägelchen zwei klasse steine hin oder her der bau hat einen haufen spaß gemacht und mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen so ein bisschen vorsichtig hantieren denn es ist nicht unbedingt die ist nicht die die absolut sicherste bauweise wie das wägelchen zusammengebaut wird dazu komme ich gleich denn die nachteile kann man eigentlich überspringen ich habe im design als in der optik habe ich überhaupt nichts zu meckern da gibt es da gibt es überhaupt nichts zu maulen also ich meine die ganzen übergänge wie man das hier hinkriegt das ist einfach super arbeit das ist einfach super arbeit da gibt es keine nachteile ach ja habt ihr gesehen bei der antenne statt der antenne baut man hier hat man so einen schraubenzieher kennt er vom werkzeugtool also wie gesagt nachteile habe ich keine man erhält einen haufen teile also ein haufen teile man hat einige fließen und einige sachen übrig und dann natürlich diesen werkzeug teil wo wir halt den schraubenzieher dafür brauchen den rest kann man ja irgendwie anders verwenden aus irgendeinem grund ist es halt billiger immer das ganze komplett gepresst zu machen schon etwas verschwendung aber was soll es zu der bauanleitung man soll zum beispiel hier an einer stelle dass da da ist so eine wedge und da eine große wedge und dann soll man das so da dran machen am baurichtungsumkehrer und dann das zeug drauf bauen schaut ein bäuschen nach vorne damit ihr das unten befestigt unten dran macht und dann auf einmal dran befestigt ist besser überhaupt sind manche baut sachen ein bisschen knifflig grenzwertig ja also es ist nicht so dass ein erfahrener bauer oder jemand der schon zwei drei autos gebaut hat und ein bisschen gefühl entwickelt hat dass der damit groß schwierigkeiten hat aber es gibt zum beispiel hier unten ist ein einzelner stein der da hier einmal eins den sollt ihr an einer stelle da hinlegen und dann ist er noch gar nicht befestigt weil es unten ist eine fließe das wird erst später befestigt und das ist ja natürlich knifflig dass man das zeug beieinander hält während man woanders noch baut bis man wieder dahin kommt da ist da muss man schon aufpassen es ist auch nicht unbedingt für kleine autos für kleine fände gemacht ja das muss man auch sagen daher es ist ein erwachsenen modell und zwar nicht nur weil wir alten was damit anfangen können sondern weil einfach von der bautechnik her also ich sag mal zehn aufwärts und schon zwei drei sachen gebaut haben vor allem autos wäre schon hilfreich vor allem wenn es kein lego war sondern eher etwas anspruchsvolleres okay aber mir hat das wirklich spaß gemacht ja zwischendrin mag ich es wenn ich leicht gefordert werde und das war hier der fall ich bin nie überfordert gewesen einfach an manchen stellen leicht gefordert aber es war ein abwechslungsreicher spaßiger bau finde ich super bevor wir jetzt zum fazit überkommen habe ich noch eine box dabei denn ihr wisst es vielleicht oder eben auch nicht oder erst jetzt lubrix hat günstige display boxen im angebot genau für die größe die kosten 9 euro was ein absoluter kampfpreis ist jetzt bin ich mal gespannt ob es das wert ist oder auch nicht ich rechne ja mit ziemlich dünnem akryl aber das ist und das ist nicht in der sonne stellen kann aber abgesehen davon denke ich doch dass es sauber sein sollte so wir haben das hier so eingef so richtig schön eingepackt das ist gut das ist nur schutz brauchen wir nicht und dann haben wir die platte also es geht solide genug würde ich sagen schön sauber schön ordentlich gucken wir mal ob das auto reinpasst wie sie das so angeben so jetzt mal an den ecken anfassen da macht klick ja okay ihr seht nachteil der da hätte eine noppen aufnahme drunter gehört dass man was machen kann dass es befestigt ist aber abgesehen davon jetzt scheint natürlich spiegel natürlich alles aber finde ich jetzt eine preiswerte gute variante gefällt mal so gut das gibt eine klare empfehlung zum glück habe ich noch eine zweite box gekauft und ich werde noch einige boxen brauchen für meine autos aber die werde ich mir im nachhinein im laufe der zeit holen ich hoffe blubrix wird jede menge davon rechtzeitig ordern weil also ich sag mal für 9 euro also mit dem auto alles zusammen habe ich mit versandkosten 40 euro bezahlt bauspaß und nachher schön geschützt fürs regal was will man mehr also fazit das auto wie gehabt ist blubrix da muss man einfach schlicht und ergreifend sagen es sind zwei klasse stein das seht ihr an der farbabweichung es lässt sich aber alles bauen wer damit kein problem hat wird mit leicht anspruchsvollem abwechslungsreichen bauspaß belohnt und einem designtechnisch super tollem modell das eigentlich nichts zu wünschen übrig lässt und für die box sowieso glasklare empfehlung glasklar gibt es gar nichts neun euro bringt irgendwas billigeres her genau okay also vielen herzlichen dank fürs zuschauen lasst mal eure meinung da habt viel spaß beim bauen bis zum nächsten video bye bye